Wir sind heute ein Tag in diesem Schloss und was da passiert ist, das seht ihr jetzt. Also wir gehen jetzt hoch zum Tor. Also wir würden jetzt versuchen, noch mal in die Bibliothek reinzukommen, da wir ein bisschen Schreise gebaut haben am Anfang, sag ich jetzt mal. Und was da passiert ist, seht ihr jetzt. So, wir haben es zusammen mal geschafft, hier reinzukommen und das hier, das war mal die Bibel. Das sind die alten Mitschriften, die alten Rentner, die hier wohnen und deswegen sind sie so sauer auf uns geworden. Ey, macht euch ab hier! Scheiße, Öffin! Oh mein Gott, ich hab keine Bussen mehr. Wir haben den Wind verloren. Ich hoffe, ihr habt noch abgehängt. Also der war schneller als der Wind, ne, das war krass. Also wir sind hier jetzt erstmal im Schlafzimmer. War eins sehr schnell. Und ja, also hier gibt es... Der hat uns mit dem Stock nach dir geschlagen. Ja, also der kommt jetzt gleich mit dem Stock an, wir müssen gleich direkt weiter. Das ist ihr Schlafzimmer. Das war das alte Schlafzimmer von der Gräfin, weil vom Gras ist es da drüben, die haben nicht zusammen eingeladen. Im Bett gibt es hier nicht. Da kam es immer unerlaubt. Genauso wie im Esszimmer gibt es auch keinen Stuhl und auch keinen Tisch und sowas. Deswegen gehen wir jetzt hier mal weiter. Oh scheiße, ich höre Rentner schnell rein. Schnell rein hier. Aufrechter. Hier findet ihr Rentner uns selbst nicht. So, wir haben den Rentner jetzt abgehangen. Wir sind jetzt hier im Raum der Bediensteten, also die Wohnung der Bediensteten. Und hier sind wir sicher, weil hier ist mir keiner rein. Hey, macht euch raus hier. Scheiße, rausgeholt. Raus. Macht euch fort hier. Oh Gott, ihr habt jetzt Hausverbot. Oh, was ist denn da hier? Sattel, komm her. Ja, Fynn. Was ist denn du? Die ganzen Fails, also so zwischendrin, wenn wir reden. Aber das ist auch nicht zufällig, das macht mich echt kracher. Kommt jetzt behindert, Digga, was latscht du mich denn einfach? Okay, aufhören. Halt mal auf. Halt mal auf.